Das neue ShareSource Analytic 1.0 bereitet Ihre Daten in aussagekräftiger Analysen auf, die wertvolle Einblicke in sonst unsichtbare Trends oder Veränderungen von Patientendaten bieten. Die Analysen umfassen Arterens, Katheterzustand und Alarme. Die Patienten-Arterens wird ermittelt durch ausgelassene Behandlungen, Verlust von Behandlungszeit und Verweilzeit bei abgeschlossenen Behandlungen. ShareSource Analytic 1.0 berechnet die Ablauf- und Füllzeiten für jeden Patienten sowie Trends für den Durchschnitt. Dies kann Ihnen dabei helfen, Probleme zu erkennen, die ein früheres, proaktives Eingreifen ermöglichen. ShareSource Analytic 1.0 liefert leistungsstarke Quervergleichsanalysen über die Anzahl der Alarme, die während der Behandlung eines Patienten auftreten, sowie zur Art und zum Trend der Alarme. Diese Messwerte können dabei helfen, Therapiedaten hinsichtlich langsam auftretender Probleme effektiver zu untersuchen, Muster über die Zeit in der Therapie des Patienten zu erkennen und Behandlungsentscheidungen zu unterstützen. Dies kann dazu beitragen, dass sich PD-Patienten sicherer fühlen und mehr Vertrauen haben, ihre Behandlungen selbstständig durchzuführen.